So, jetzt kommen wir zur Kürrunde, einem sehr attraktiven Teil eines jeden tanzsportlichen Ereignisses beim DPV, dem Deutschen Professionaltanzsportverband. Ausgelost wurde die Reihenfolge als erste auf dem Parkett Jochem und Sylvia Lambi aus Düsseldorf mit ihrer Kür Mocher. Untertitelung des ZDF, 2020 Mujer divina Eres el veneno que fascina en tu vida Mujer, alabastrina 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 Mujer, alabastrina